Moin, ich bin Philipp von Baumburg, willkommen zum weiteren Vlog. Wir sind heute in Großfeld auf der Kirmes. Hier hinter mir ist so gesehen, ist das auf dem Parkplatz des Kinos. Das befinde ich mich auch gerade hinter mir. Wir haben so gesehen gerade bei Inks gegessen. Wo wir drauf kamen, stand einmal der Heipmann Scooter, also Formel 1 von Heipmann. Wir haben gerade noch gegessen, habe ich eine Formespezial von Glöckle. Dann stehen hier noch drei weitere Großfahrgeschäfte wie ein Breakdance, ein Musikexpress und ein Rieserad. Dazu kommen wir dann und heute ist auch gleich Feuerwerk. Bis später. Und so, ich melde mich jetzt kurz wieder. Wir haben jetzt gerade das Feuerwerk gesehen. Ja und wir werden jetzt noch dann eine kleine Runde gehen, wo der Vulcan steht. Der Vulcan's Number One von Yontech. Dann der Musikexpress von Krabbel und das Riesenrad von Cornelius. Ja und dann werde ich mich an den Platz nochmal wieder melden. Bis später. Ja. 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 Das war's für heute. 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 Wow! 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 How I have visited our fans And there! How the explodes! Now you're looking multiple buildings But I will probably do what I spend My next day Bye! Mähm-